Hör doch mal auf zu schütteln Junge. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Der CR-V ist wieder da oben. Warum? Das seht ihr jetzt. Heute kümmern wir uns mal um die hinteren Radkästen. Zumindest fangen wir heute damit an. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Honda-typisches Problem. Gammel passiert bei allen Fahrzeugen öfter mal. Also es sieht folgendermaßen aus. Dunkel, besser. Es sieht folgendermaßen aus. Ich habe in den Radkästen, also nicht von außen, sondern in den Radkästen zur Außenkante hin, auf beiden Seiten ein bisschen Materialschwund. Das möchte ich gerne kostengünstig beheben. Es ist also keine optisch wahnsinnig ansprechende Reparatur nötig, da es einfach nicht zu sehen ist von außen. Es ist halt Innenseite Radkasten. Daher werde ich mir das Geld und die Zeit sparen, das alles, ich kann es nämlich nicht selber schweißen zu lassen und anschließend muss versiegelt werden und so weiter und so fort. Wir machen das Ganze ein bisschen kostengünstiger und zwar werden wir für die Reparatur dieser Stellen sogenannten Haftstahl benutzen. Wir werden also die Kiste wieder aufbocken, die Räder wieder runternehmen, Zugang im Radkasten also machen. Außen die Kunststoffleisten am Radkasten werden wir demontieren. Anschließend werden wir den Radkasten sauber machen von innen. Dann werden wir die schadhaften Stellen erstmal inspizieren, wenn der ganze Dreck da runter ist. Und wenn wir das blank ziehen, so viel wie möglich von dem Gammel entfernen, dann werden wir, soweit wir reinkommen, Rostumwandler rein tun. Und im Anschluss werden wir das Ganze mit Haftstahl versiegeln, blank schleifen und anschließend Rostschutzgrundierung, Farbe, Unterbodenschutz drauf und dann hoffen, dass das Ganze hinterher ein halbwegs anständiges Resultat bringt. Ich habe es da auch noch nicht gemacht. Also an so einer Stelle, ich habe schon andere Stellen mit Haftstahl bearbeitet. Ist eine Weile her. Ich werde mich wieder rein finden müssen, wie sich das Zeug verarbeiten lässt. Ich bin mal gespannt und ich würde sagen, bocken wir die Kiste mal auf. Wie ihr sehen könnt, ist der Wagen aufgebockt. Räder sind runter, die Kunststoffverkleidungen sind ab und ich muss sagen, dahinter sieht es ein bisschen schlimmer aus, als ich erhofft hatte. Also das mit der Haftstahlreparatur wird auf jeden Fall nur ein Provisorium, weil ewig wird das nicht halten. Ich zeige es euch einfach mal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht gleich. Ich muss nämlich selber erst mal überlegen. So, die rechte Seite, wie man gut sehen kann, ist ziemlich angefressen. Ja, so sieht man es ganz gut, glaube ich. Das kann ich mit dem Haftstahl aber wahrscheinlich erstmal noch regulieren für den Übergang, bis wir es richtig machen lassen. Die andere Seite dagegen sieht leider Gottes um einiges fiesiger aus. Fiesiger aus. Und zwar so. Also da fehlen schon ganze Brocken. Und ob ich das mit dem Haftstahl wieder hinkriege, das kann ich beim besten Willen noch nicht sagen. Das muss ich erstmal blank ziehen und dann gucken, was übrig ist davon. Die linke Seite braucht ein bisschen mehr Liebe. Da werde ich wohl quasi ein bisschen modellieren müssen. Dafür habe ich mir jetzt Glasfasermatten besorgt, die ganz elegante Art, ich weiß. Und die werde ich mit dem Haftstahl tränken. Das soll funktionieren. Sagt zumindest die Anleitung vom Haftstahl. Und dann werde ich quasi mit den Haftstahl getränkten Glasfasermatten das fehlende Material modellieren, wie auch immer. Und das sollte dann in etwa einem Blech ähnlich kommen. Ich denke, das könnte funktionieren. Ich habe jetzt erstmal das Ganze, was noch übrig war, mit Rostumwandler eingesprüht. Ich habe guten Rostumwandler gefunden aus der Dose zum Sprühen. Damit komme ich auch in die Hohlräume ganz gut rein. Der Vorteil bei diesem Zeug ist, das ist überlackierbar. Das heißt, ich brauche es nicht hinterher wieder rauswaschen, weil der andere Rostumwandler, den ich noch hatte, der muss hinterher mit Wasser ausgewaschen werden. Und der hat eine wesentlich längere Wirkzeit. Ob das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle, weiß ich auch noch nicht. Aber wir haben ja schon gesehen, das ist ja alles irgendwie learning by doing so ein bisschen. Und ja, ich zeige euch mal, wie die Radkästen jetzt aussehen. Das ist die linke Seite. Also das lose Zeug ist raus. Den Rest habe ich mit Rostumwandler eingesprüht. Die ganzen Hohlräume, alle Kanten und wo auch immer man da hinten reinkommt, habe ich voll gesprüht. Und das hier werde ich alles nachher mit dem Haftstall verschließen, innen wie außen. Und die andere Seite, die sieht etwas von außen, haben wir sie ja schon gesehen. Das sah nicht besonders gut aus. Jetzt habe ich jetzt auch soweit das ganze lose Zeug runtergeschliffen, bis hier vorne. Hier oben müssen wir dann modellieren mit der Glasfasermatte und dem Haftstahl, was ich gerade erzählt habe. Als ich das dann alles so ein bisschen auseinandergepflückt habe, habe ich gesehen, dass die Innenseite überhaupt nicht gut aussieht. Eher noch viel schlimmer als alles andere. Also da fehlen richtige, richtig große Stücke vom Material. Na, jetzt sieht man es sehr gut. So, und das werde ich dann auch mit den Haftstahl-Glasfasermatten verschließen müssen hinterher. Gut, jetzt hat es erst mal sechs Stunden Einwirkzeit und dann sehen wir weiter. Willkommen zurück. Für euch ist es wahrscheinlich auch dasselbe Video. Für mich ist es mittlerweile zwei Tage später. Der CRV ist noch immer auf der Bühne. Die rechte Seite habe ich soweit fertig gespachtelt mit dem Haftstahl. Das ist auch sehr gut ausgehärtet. Das werde ich dann heute blank ziehen quasi. Schön glatt schleifen alles. Vorbereiten fürs Lackieren. Und ich denke, die rechte Seite, die kriegen wir heute fertig auf jeden Fall. Die linke Seite muss ich wie gesagt noch modellieren. Und ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. So, hier mal ein kleiner Zwischenstand von der rechten Seite. Alles ist verfüllt. Ich habe es vorgeschliffen jetzt. Wenn es jetzt eine Sichtreparatur wäre, würde ich alles natürlich noch richtig glätten und diverse kleine Lunke auffüllen noch. Und natürlich alles hinterher sauber verspachteln und so weiter und so fort. Ist hier nicht nötig. Ist A keine Sichtseite und B auch nur temporär diese Reparatur. Und mittlerweile muss ich sagen, klingt das schon wieder viel weniger nach Blätterteig. Also das Zeug ist sehr gut ausgehärtet. Und ja, was passiert hier? Erzähl uns das mal. Brauche ich nicht. Habe ich das schon aufgenommen. Kannst du reinschneiden. So, jetzt schön drüberrotzen? Ohne Atemschutz? Natürlich, wie sich das gehört für eine absolut professionelle Werkstatt. Ach so, das ist eine Werkstatt. Okay. Nennen wir es mal. Nennen wir es mal so. Das ist kein Designerhandwerk. Ja, der Andreas filmt auch. Diesmal mit einer richtigen Kamera. Ja. Also, wenn die Bildqualität zwischendurch wechselt, habt ihr das Andreas zu verdanken. Deswegen darfst du jetzt alles nochmal erzählen. Ach, ich denk nicht dran. So, und sobald scharf stellen. Hallo. Bist du, hat man einmal Andreas gefilmt, ist die Kamera direkt kaputt. So. Also, sobald das hier dann ausgehärtet ist, der Lack, dann machen wir von innen noch unter Bodenschutz rein und dann kommt die Plastikverkleidung da wieder drauf und dann ist die rechte Seite erledigt. Oh, blankes Blech. Ja. So blankes wurde. Wir werden jetzt in dem Bereich schon mal Grudierungen auftragen, weil ich ungeduldig bin. Ich könnte es nicht ja alles zusammen machen, aber ich bin ungeduldig. Schön da rein. Da kümmern wir uns später drum. Erstmal mache ich den Bereich von hier runter jetzt soweit fertig und das Teilstück machen wir dann etwas später. Was haben Sie da Schönes? Wir haben hier eine grobe Schablone, die wir gerade mal improvisiert haben, um hinterher die entsprechenden Teile der Glasfasermatten zuschneiden zu können. Weil wir müssen die erst mit Haftstahl tränken und dann aufbringen und wenn die dann nicht passen, ist das ein bisschen dusselig. Also schneiden wir die grob vorher vor und werden dann im Anschluss die Matten quasi hier oben hier oben einbringen. So in etwa sitzt das Zeug dann und dann wird die Kante hier umgeschlagen. Und da werden wir mindestens zwei Lagen vorm reinsetzen. Und dann sollte das Ganze schon etwas ansehnlicher werden. Und hier von außen werden wir dann noch eine separate Lage aufsetzen, die wir dann wieder nach innen rum einschlagen. Inklusive dem Stück, was hier fehlt, was wir dann noch quasi etwas weiter runter anmodellieren werden hier. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. ! Lagen Untertitelung des ZDF, 2020 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 und hoffen, dass wir es hinterher auch andersrum von der Folie wieder abkriegen. Es scheint aber sehr gut reingezogen zu sein. Und dann setzen wir von hier auch nochmal was drauf. Hier wird jetzt nicht mehr ganz so viel reingehen, weil es von der anderen Seite schon etwas gesättigt ist, das Material. Mal gucken, dass wir das Überschüssige wieder abziehen. Wir wollen ja auch nicht zu viel verschwenden hier. Gleich noch mal benutzen, wenn es bis dahin nicht durchgehärtet ist schon. Könnt ihr jetzt natürlich auch den etwas breiteren Spachtel nehmen, den ich hier noch liegen habe. Dann sieht das Ganze schon so aus. So, Stunde der Wahrheit. Es hat sich etwas durchgedrückt. Aber so viel ist es nicht. Also ist hier noch gut was drin. Dann schauen wir nochmal, wer auch da hinkommt. Moment, so ist es hier rüber noch. So, da wollte ich hin. Wo das denn hin soll. Wir nehmen das jetzt hier um die Kante. Ich hatte es fast befürchtet. Also es klappt sich etwas wieder aus. Aber dafür habe ich einen Plan. Und zwar schlagen wir das um. Natürlich die Kante dahinter ist nicht besonders eben. Vor allem da ist ja noch dieser Hohlraum zwischen. Genau, da ist noch etwas Hohlraum. Das heißt, wie gesagt, das ist alles ein bisschen Try and Error. Und dass wir da etwas Form modellieren müssen, hatte ich ja... Nee, für Söpfenhausen nicht. Vorne rein schon gesagt. Und drücken wir das Ganze jetzt hiermit mal etwas an. Das werde ich jetzt quasi hier von der Rückseite direkt nochmal mit dem Resthaftstall, den ich gerade noch flüssig habe, ein bisschen anspachteln. Ja, das machen wir dann nachher schön. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Ich befürchte, ich werde dann etwas warten müssen, bis ich die nächste Lage aufbringe. Jetzt fällt mir, dass ich immer seit die Klammern gehofft bin. Eigentlich ist das im Defekt. Eigentlich steht das so absolut richtig. Das ist genau die Kante hier. Ein bisschen verfüllen. Mit deinem kleinen Eislöffel? Genau, mit meinem kleinen Eislöffelchen. Glasfasern, die härten dann nachher wahrscheinlich mit aus, hoffe ich. Und lassen sich dann ganz normal mit Schleifpapier, beziehungsweise mit der Feile, alle glätten. Mit der Feile meine ich meine elektrische Turbofeile. Ich gehe da nicht mit einer Handfeile dran. So bitte aufhören, mein Gesicht zu filmen, danke. Das ist äußerst unfotogen. Das war ja als Thumbnail, weißt du? Bestimmt nicht. Das war ja als Schnell. Das war ja als Schnell. Bis zum nächsten Mal. Das war ja als Schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020